Der war irgendwie das, was man in Wien immer behauptet, zu sein, nämlich ein Hundling. Und ein Hundling ist was Schönes. Kennt ihr Werner Kirchner? Werner Kirchner? Der ist schon. Der ist geschlagen, ja. Ja, und so. Geborener Musiker war das. Das war der Soundtrack von unserem jungen Rebellentum. Man hat eigentlich bei den Studentenkolleginnen viel mehr Chancen gehabt, wenn man Kirchner zitieren kann. Es war immer jemand, der alles aufgerissen hat, und zwar auf seine so leichte Weise. Wir haben ja in Tirol nicht viel mehr Wahl gehabt als zwischen militanten Katholen und Ex-Nazis. Und da war der Werner so eine super Figur. Diese Freiheit, die er hatte, zwischen allen Genres, zwischen E und U, zwischen Text, Musik, zwischen Satire. So etwas, wie der Werner gemacht hat, hat einfach die Überlebenskraft über Jahre. Auf geht's, hebt's euch zusammen! Wo der Werner Schiff- Wo der Wernerin Wo der Wernerin Wo der Wernerin Wo er Mann